das sind die ganze zeit nur geradeaus fahren kann für ein drag race ist das auto wahrscheinlich nicht gedacht also ich weiß nicht ob es hier auch drag race gibt es gibt ja so vieles hier das ist der sinn ich wollte es ja testen deswegen mache ich es ja oh gott autofahrkünste autofahrkünste ist jetzt ja meine größte stärke